Ja, okay, let's go, Freunde. Vor drei Stunden ist der Apex Legends Aftermarket Trailer erschienen. Und gucken wir uns jetzt mal zusammen an, würde ich sagen. Mal gucken, was es Neues gibt. Rampart Shopping Network. Network. Crossplay? Nein! Wie geil ist das denn? Crossplay jetzt schon? Das ging aber flott. Aber es war ja auch angesagt für den Herbst. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir schon Herbst haben. Wo ist der Sommer hin? Ah, ist geil, ist geil. Ah, guckt mal, guckt euch den Skin an. Wie geil ist das denn? Das ist mal ein geiler Octane Skin. Half-Man, half-Car. Hier bei Skin Info, geil. Super geil. Hammer, Hammer. Okay, weiter geht's. Nein! Den brauche ich! Den brauche ich! Ein Clown-Setup für Caustic. Wie geil ist das denn? Inspired by actual Clowns. LOL including. Okay, warte, warte. Ich muss den nochmal von vorne sehen. Wie geil ist das denn? Guck mal, ein Clown-Caustic. Ein Clown-Caustic. Wie geil ist das denn? Oh, das wird teuer. Ich muss die Skins alle kaufen. Wie geil ist das denn? Hunt people down and destroy them. Just like a normal housecat. Quick, and I'll finish this. Well, I'm beaten, Jones and Pish... Geil, geil. Sheila, had the lads put together a montage to do the rest. Take it away, underpaid editor. Ich hab zwar schon so viele Skins für Raid, aber ich brauch noch mehr. So, weiter geht's. Flashpoint. Regenerate health and shield, ceiling and shield's loot removed. Was, hä? Was, was, was? Ach so, so, ach geil. Das sind Zonen. Und wenn man in diese Zonen reingeht, dann werden HP und Schilder aufgeladen. Und dafür gibt es aber keinen Loot mehr. Das heißt, ihr könnt Schilde und Syringes, also Spritzen und Medikits, ihr könnt nix mehr zum Heilen finden. Dafür gibt's aber diese Zonen, in denen man sich heilen kann. Was war das denn? Was war das denn? Guck mal, hier so ein Heal-Beacon. Hier, was ist das? An dem Ding kann man sich dann vollheilen, oder was auch noch mal? Limited Time Cosmetics. Okay, die haben wir ja gerade gesehen, oder? Na ja, guck mal. Ach, gib ein paar neue. Oh, Alter, das Lifeline-Ding war ja geil, oder? Guck mal, ist doch Lifeline, oder? Geil, guck mal, so ein SWAT-Lifeline-Skin quasi. Und das ist der Ghost-Dick. Da kommt der Clown an, gerannt herrlich. Ich freue mich, meine Hande zu bekommen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein... Alter! Alter, das Caustic-Erbstück ist da. Alter, ich habe so lange, wie ich spiele, kein Heirloom gekriegt. Nix, nada. Und jetzt auch noch für... Guckt euch das an. Wie geil ist das Ding, bitte? Guckt euch das mal an. Ein Hammer. Ein Hammer, wo der so Gas rein tut. Gucken wir uns das noch mal an. Ah, ist das geil. Ist das geil. Ja, PS4, Origin, Xbox One. Und jetzt kommt Switch noch dazu. Kommt Switch? Nee. Wo ist Switch? Aber geil, Crossplay. Oh, das ist ein böser Skin, oder? Das ist ein böser Skin. Geil! Hammer, Hammer, Hammer. Da bin ich ja richtig hyped. Da bin ich ja richtig hyped, Freunde. Oh, geil. Ich wusste, zum einen habe ich nicht gesehen, dass dieser Trailer gerade rausgekommen ist. Zum anderen das Caustic-Erbstück. Richtig hyped, die Skins. Der Clown-Skin für Caustic. Richtig nice. Kommt richtig böse. Was hatten wir noch? Der Raid-Skin sah richtig geil aus. Lifeline, dieser Sword-Skin-Modus. Klingt gut. Also, ich bin saugespannt, Freunde. Ich bin saugespannt. Und, äh, ja, werde ich auf jeden Fall viel Geld ausgeben müssen für die geilen Skins. Aber, hey, das ist es auf jeden Fall wert. Was sagt ihr zu dem Trailer? Wer freut sich über das Erbstück? Welcher Skin gefällt euch am besten? Und, ähm, warum ist Switch nicht dabei? Switch dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Aber geil, Crossplay kommt. Und vielleicht spielen wir ja dann mal eine Runde plattformübergreifend. Vielleicht so Member-Zocken oder so. Ich bin saugespannt, Freunde. Richtig nice, richtig nice.